Oh mein, was denn? Okay, toll. Machen wir. Hier angekommen, müssen wir natürlich erstmal einen toten Beschwörer finden. Wo ist er denn? Da ist er ja. Mh, das Schwert nehmen wir mal das Große. Entschuldigung. Hunde, Wolfsdiener, okay. Die Quest hatte ich natürlich nach dem, äh, bekommen, nachdem wir, wo Thema die Wolfskönigin erschlagen haben oder sagen wir mal so. Kann sein, dass wir da nachkommen. Oh, und weg ist der toten Beschwörer. Mh, 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 mh. Da haben wir hier, totem Knochen nehmen wir. Schluss ist ein Wolfskäfig, totbeschwörer. Tagebuch. Mh, 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 mh. Hier. Bring dem Wolf das Totem. Was ist für ein Wolf? Mh, 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 mh. Gibt's nicht weiter. Gucken. Hi. Knochenwolf. Ah, guckt mal einer an. Wir haben ein neues Haus hier, nämlich ein Knochenwolf. Den können wir natürlich irgendwo hinschicken. Natürlich kommt der erstmal wieder in die Goldhübenplantage. Naja, ein, da haben wir jetzt noch einen neuen Begleiter. Nämlich einen Knochenwolf. Naja, schön. Cooles Ding. Bill sucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.